Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 379 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Warum fährst du nicht zum Meer? Hier ist das Wetter fantastisch. Warum fährst du nicht zum Meer? Hier ist das Wetter fantastisch. Ich warte immer noch auf Pauls Antwort. Er hat noch nicht geschrieben. Heute ist mein Scheidungstermin im Amtsgericht meiner Stadt. Heute ist mein Scheidungstermin im Amtsgericht meiner Stadt. Heute ist mein Scheidungstermin im Amtsgericht meiner Stadt. Ich bin 30 Sekunden schneller als letzte Woche. Das Training hat sich gelohnt. Ich bin 30 Sekunden schneller als letzte Woche. Das Training hat sich gelohnt. Ich bin 30 Sekunden schneller als letzte Woche. Das Training hat sich gelohnt. Die Reparaturen sind fast abgeschlossen. Nur die Decke fehlt. Ich habe Angst vor dem Zahnarzt. 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 Ich bekomme Panik, wenn ich nur daran denke. Ich spiele in unserem Theaterstück an Halloween. Ich spiele in unserem Theaterstück an Halloween. Ich spiele in unserem Theaterstück an Halloween. Hier findest du die Medikamente gegen Kopfschmerzen. Sie sind alphabetisch sortiert. Wir haben die beworbenen Medikamente in dieses Regal gestellt. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Mit diesem Rad kann man das Gas abstellen. Hier schneit es seit gestern Abend. Ich habe heute Abend ein Treffen vereinbart. Möchtest du auch ein Schokoladeneis haben? Wir haben zusammen Medizin studiert. Wir haben zusammen Medizin studiert. Wir haben zusammen Medizin studiert. Wir spielen heute um diesen Pokal. Wir spielen heute um diesen Pokal. Diesmal sind meine Hausaufgaben sehr schwierig. Diesmal sind meine Hausaufgaben sehr schwierig. Diesmal sind meine Hausaufgaben sehr schwierig. Ich bin froh hier zu sein. Ich war acht Stunden unterwegs. Ich bin froh hier zu sein. Ich war acht Stunden unterwegs. Mein Vater zeigt mir, wie man eine Säge benutzt. Mein Vater zeigt mir, wie man eine Säge benutzt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Wenn ich mir. Ich bin froh hier zu sein. Ich bin froh hier zu gehen. Ich bin froh hier zu gehen. Wie ist das? Untertitelung des ZDF, 2020